Jo Leute ich bin's wieder, Markus von LappenGWV. Wir spielen heute wieder Wormtroller 2. Ja heute ist Dienstag, heute kam raus. Ich habe ein Info-Video kurz rausgebracht, dass am Dienstag kein Battlefield 4 kam, weil es nicht ging. Belfit Hardline ging nicht. Ich wollte Belfit Hardline eigentlich am Dienstag rausbringen um 18 Uhr für Belfit 4. Und ja, es ging nicht. Sven und ich wollten aufnehmen, aber es ging nicht. Dann ging's doch. Es sind ja ein paar Folgen schon, zwei Folgen raus, zwei Folgen sind schon raus. Bei Foto ging's. Jetzt geht's auch beim Sven, jetzt geht's auch bei mir. So, ich wurde gerade von meiner Katze gestört. Ähm, ja. Jetzt läuft es, Battlefield Hardline wird aufgenommen weiterhin. Und, äh, es kommt jeden Tag, haben wir ausgemacht. Ähm, ja, ganz genau. Heute kommt jetzt nach Worm und Donnerstag auch. Und, ja, fangen wir mal gleich an mit Worm, weil es läuft ja der Countdown von Total War, Attila, äh, Herbst in die Wege angeleitet, das ich mir kaufen werde. Und, dann werde ich das auch spielen. Und ich werde die Kampagne, ähm, von Worm, Total War auf jeden Fall zu Ende spielen. Auch wenn ich Total War habe, ähm, werde ich erst Worm zu Ende spielen. Und dann werden wir, Attila spielen. Genau. Ihr könnt natürlich auch entscheiden, welche Fraktion ich spiele. Einfach ein Kommentar. Oder ein Voting oder so. Dass ich einfach in mein Video reinhau, rollen raus, raushaue. Kleines Infobietchen mit Voting. Und dann könnt ihr entscheiden, welche Fraktion ich spiele, die es gibt. Ich werde mir auch die Special Edition holen von Attila, Teil einer Fraktion, passt auch. Ganz genau. Ja, wir haben den Gaius Ystese hier, haben wir an die Grenze von Großbritannien, England, ähm, postiert, dass der gleich mal nach England marschieren kann. Und wir haben letztes Mal auch Hokion und Syracuse eingenommen. Das war aber schon eine Zeit von her, eine Folge her. So, Apodocus haben wir auch eingenommen. Genau. Mehr gibt es nicht. Es gab irgendwelche Veränderungen, ja, positiv. Amity haben wir besiegt. Ja. Ja, wir brauchen Armenien zum Sieg und, äh, Großbritannien. Ich würde eher sagen, wir greifen Großbritannien an und dann Galatien. Der Hunger nach einer Schlacht! Mh. Das lösen wir mal auf. Tun hier mal... Kurorte, oder? Kurorte... Ah, Veteran, Legionär. ja produkt haben wir jetzt eingenommen da haben wir noch mehr aber die wird uns jetzt glaube ich nicht aufhalten auch wenn wir bis angeschlagen sind die sowieso nicht du verdammt die kann uns mal alle wo müssen wir auch einnehmen schnell wie sieht es denn rum aus ok jetzt 22 ich erwarte eure befehle ist ja immer gut wir können die verbessern da wir aus den zimmer autorität genommen oder hingabe mal Kartago gibt's ja auch schon länger ja dann hat hier ein paar Schiffchen aufgestellt ja ich will das nicht bauen hier ist hier ja Tila ist auch mehr weiter danach auch mehr nach Osten wieder und mehr nach Norden so egal den Hohnen also man kann die Hohnen wahrscheinlich spielen was der letzte Stand war kann man die spielen ah hab ich gehört letztes Mal hab ich gehört dass man die spielen kann aber man konnte ja nicht spielen so was kakall ist es zu haben wenn jetzt Bastaren auch mal angreifen würden zu Gallic und Bels dann wäre das ja schon mal sehr schön die sind ja noch im Krieg oder was taunen mit denen ja klar aber die haben auch Krieg mit Ravisca und Skidion und Karamanten die da unten gammeln und wahrscheinlich nie gegen die kämpfen werden ähm ja kümmern die Konversion die auch nicht mehr so lange lebt sie haben noch 1,2,3,4,5 4 Städte, 5 Städte 1,2,2,4,4,4,4 haben sie noch also nicht mehr 4 Albuo ist im Moment an der Hauptstadt hätte ich irgendwie ausgekaltes genommen aber irgendwie irgendwas anderes weiß nicht naja ok passt schon und ich bewege mich jetzt mit dem äh Diosius Cäsar nach Albuo marschieren und ich glaube das mache ich auch weil ich so schneller weil das ist äh sehr langsam und ich glaube das ist äh immer da hinrennen hinmarschieren äh drei Runden bauen die sehr schön hm da noch ein Spion ja Autorippen machen wir besser oh ich glaube nicht das nein da haben wir nichts mehr zu ist was mehr wieder hab ich gar nicht gesehen ich sag mal ein Mädchen gammelt egal jetzt machen sie ja Alter jetzt sind sie überall oder was Pisser sind sie überall ey das ist halt das Problem an den Schuss CRI die gammeln halt überall im Land rum ey kannst du einfach nicht ausschalten kannst du nicht kannst du einfach nicht ach so ist macht ihr alle platt ähm okay ähm ja bitte nicht jawohl aber wie ist genug zum Glück ihr Hunger nach einer Schlacht sehr schön die werden jetzt ist das wieder einnehmen ich glaube nicht dass ich glaube Telefotum können die locker aufhalten ja wo es genau so ja locker locker das ist unser mehr für mich flotte Schifte halten nach für meine Krebs ja ja es ist klar ihr wollt ja ihr seid ja irgendwelche ihr seid ja so welche die die meckern um in Frieden zu leben müssen wir uns auch nicht das Problem an euch hier kann euch nie zufriedenstellen wie kann ich euch dienen ja der hat Parlamentsatzinses hier plus zwei geschickt motivierte Bevölkerung hat zu haben Syrien klein wurde uns umstritten ja ist mir schon klar Mannschaft erhalten ich glaube die bleibt erstmal da ich weiß nicht wo die hingehen das ist die Sache ähm Blöden die Spackung ist taulend greift mal die gemeine Konferration und bitte das ist echt die Freundschaft ok ich habe sogar meine Stuppe gestellt oh doch nicht oh man bin so blöd die Pisser die Pisser haben wir nicht die Fress halten können die Pisser die Pisser die haben verpissen oh man die planen die auch noch ja richtige Spaß so so das geben wir hundertprozentig weil wir einfach Gold Sachen haben ich werde gerade abgelenkt ähm ja jetzt haben wir wieder Istros eingenommen sehr schön äh ich könnte ja mal mit wem ist denn eigentlich die äh ding wenn ich im Krieg mit ähm irgendwie keine Ahnung ja warte mal dann würde ich sagen Bels Gale 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 Ah jawohl sehr schön sehr schön die greifen schön äh die Gamanen an das finde ich sehr gut Bastarden sind sehr gute Leute danke für das zu euren Dienst Gerobert Istras von Tantale jawohl 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 ich werde euch die Ehre erweisen was oh fuck was hab ich so was oh no mein Volk mein Herr was hab ich denn gemacht was hab ich denn gemacht alter fuck was hab ich denn gemacht das hab ich jetzt gemacht schutzbündel ich stimme zu und bewundere eure ja also ist jetzt egal ich werde jetzt angucken was hab ich denn gemacht ist gar nicht was ging aber wann dann die aus oder was Also, Quint zum Pannonium. Wir bieten euch heute Frieden an, oder morgen das Schwert. Ja, klar. Ich würde irgendwie... Ja, okay, Fabi ist nicht schlecht eigentlich. Friedensabkommen! Oh, oh, oh! Oh, noch nicht. Aber naja, das ist nicht so schlecht eigentlich. Egal. Dann werden wir vernichten. Echt jetzt? Kotago ist auch wieder? Alter, was ist denn los, ey? Jetzt kommen alle Fraktionen, ey. wieder die Damen, die ich vernichtet habe, und... Wer ist das jetzt? Selten... WTF? Jetzt kommen alle wieder. Das ist ja mal ein neues... Ich lebe unruf. Ein denkender Mann ist wahrlich gefährlich. Oh, Gott, ey. Wahrlich. Gut, dann kann der... Cäsar wieder... Cäsar! Cäsar! wieder nach... Alibu! Und so haben wir ihn. So... Ähm... Ja... 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 Ich hab mir das auch ohne... So... Ohne... Ding... Ja... Sehr gut, dann gehe ich nach Bels und nehme das ein. Habe ich schon mal... Dann habe ich Silesia. Komm, die nicht... Ich hab die dumme Idee, die Pastanen, um mir Bels wegzunehmen, wo ich das haben will. Wie lauter teuer nicht, aber... Nö! Alter... Ist voll ihr... Äh... Religiöse... Äh... Ding... Ihr wisst schon. Provinz, genau. Ja, die können ja ruhig... Machen, das führt mir... Scheißdreck. Sollen die es noch machen... So... Äh... Ja, wenn wir wieder runter... Oh... Noch nicht... Ich nenne, glaube ich, die Folge Aufstieg der vielen Fraktionen oder so... Mal guck, gell... Aufstieg der alten und der Fraktionen oder so... Und meine Worte stehen in eurem Dienst. Und meine Worte stehen in eurem Dienst. Keine Ahnung, wer da mal ist, irgendwie sowas... Wenn die alten Fraktionen sich so zusammen tun können... So Ketula, Katargo, Neukatargo... Sowas halt... Weil ich ja alle kommen... Nö... 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 Kann nicht mehr... Ähm... Servus Minutius Caesar... Was sind hier... Wirst du hier da los�로... Aufstandweg wem... Bööööööööös... Bööööööööööööööwww Nö... 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 Men mart abании... Gähe es fast... A meiä... Oder ist jemand anders? Nein. Es kann nicht... Oh, es gibt keinen. Wo ist er gar nicht? Schade. Hä? Ist wohl gestorben oder was? No. Hab ich nicht bekommen. Schade. Also... Tavius... Turinus... Turinus... Hör. Tavius... Tavius. 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 Ja, wo Dorgis? Com. Markus Antonius. Alter, schon 80 Sekundus... Alponius. Bibulus. alles ist für eine konsulten im senat und folg zu dienen ist die größte ehre mir liegt frei also sein euch liegt freis kaufen zusammen der mutige ist frei es war da ja der schuld warum kann ich mir so weit laufen Prozent Gertreus schlicht das war der Fäckler zu schlecht aller ohne Witz wir können hier nicht passieren btl da ist es unser Celestia auch unter uns überrollen wir hungern nach einer Schlappe und das gucken wir mal Budokis wird dann nach Asker Kalis und dann war's das mit denen dann war's das alle wurde jetzt auch uns zuhören nächste Runde ich nehme jetzt mal ich versuche jetzt die zwei Städte innerhalb von ein paar Minuten zu erobern und dann werden wir gucken wie lang und ich werde dann schneiden wahrscheinlich wieder auf zwei Folgen und dann passt zu schützen ich habe ich habe ich habe die wie das hier egal egal machen wir einfach Jolo ah Jolo was heißt das äh burscht wort ist mir egal weil du wie 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 es wie die haben b Ich erwarte eure Befehlungen. So. Ah, da haben wir noch welche. Denkt nicht. So. Ja, die können ruhig weitermachen, weil... Das ist der Anführer, oder? Ja. Wir haben uns ja schon angenommen. So gut wie. Terracetage. Fühle abfahren. Die sind immer noch schlecht. Ich erwarte eure Befehle. ich bin nicht so schlecht, ne, das ist unglaublich das ist ja aber so schlecht, meine Spione das ist immer feierlich, ey wie schlecht die hier sind Frieden zu kommen nur die Größten wagen es, mit ihren Feinden über Frieden zu sprechen nur die Schwachen wollen den Tod aller die wollen 4000 für irgendwann auf dumme Idee kommt jetzt holen die ab naja, jetzt, jetzt ziehen sie sich alle zurück die Spacken jetzt warum ist der jetzt weg, ist der tot oder das? oder die? na ne, den nächsten Wachter also, pfff ja was er ist verletzt so die tot ähm dox äh 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 Hände nymphen Ihr Hunger nach einer Schlacht! Bereit zum Kappen! Zu euren Dienst! In den Kappen! Ich musste jetzt nicht mal angreifen, ich spaß den langweilen oder so Das können wir nicht tun! Ja ok Ich erwarte eure Befehle! Ich fürchte, das können wir nicht! So was! Halabu! Alter! Diese Fähigkeiten bei dir immer! Kann ich sein? Das ist ein Zingabe, ja Ich glaube, es ist ein Zingabe! Ähm, ja Nein Hä Ha Mah but ja 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 Genau. aus kakale ist die letzte stadt von den so haben oder das der germanischen konferenation und die auch nicht schon abwahle pussie like galatian greift an fasces und haben eingenommen ja ja die werden auch noch probleme jetzt kriegen aber ich werde das großteil nehmen aber ich werde wahrscheinlich erst so aufbauen dass sie da nicht mehr so die alle verdichten kann muss die einfach keinen druck mehr haben letzte tot schlag ja 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 was hat denn die mit die Führung ihr Hunger nach einer Schlappe ich will jetzt zurück zu euren Diensten Ich erwarte eure Befehle. Beeilt euch Männer. Ich will stündliche Wachtingen. Schneller, ihr Verfluten. Kann ich euch bitten. Ihr Hunger nach einer Schlacht. Ja, ja. Unser Reich. Jawohl. Das Tarnen. Seid gegrüßt, ihr Hoherfehl. Ich will nicht alles im Kommen machen. Oh. Nicht vertrauenswillig. Ist ein bisschen gesenkt. Nicht. Alter, wir haben einfach fast alles im Norden erobert. Osnabr auch viel erobert. Alter, Norden einfach alles weggemittelt. Also, alle unsere Feinde zumindest. Ja, wir sind mit uns überhaupt nicht. Wieso auch immer. Na, okay, mindestens 12 Uhr. Keine Expansionspolitik halt, ne. Ja, Armenien halt noch, ne. Und dann haben wir das eigentlich schon. Ne, die zwei Stunden will ich auch noch rein, ne. Oder drei, weiß nicht. Und dann kommt Armenien. Aber erst. Großbritannien oder England, wie man es auch nicht will. Genau, und dann würde ich sagen, wir werden jetzt die Folge erstmal, weil wir jetzt gemeinhänden erobert haben und sind ja ein paar Faktionen auch aufgestiegen. 3, 2, 2, glaube ich. Katago und Ketula auf einmal. Ähm, fertig, wie ich die Vergangenheit soll, ich aufstieg der Faktionen, alten Faktionen oder Gemeinden ist besiegt. Ist eher so, aber, naja, guck mir mal. Ja, dann würde ich sagen, wir sind uns jetzt nicht mal zu einer Weibung von Momtower 2, Benefit 4, Benefit Hardline, Minecraft, Plantside oder auch irgendwas anderes und ich sage dann, bis dann, tschau. Musik